Gestern war ich ja auf dem Opernball, dann habe ich mir heute die neue Austrien Airlines, Senator, Business und Horn Circle Lounge angeguckt. Naja, da war nicht so viel los, aber dann ging es eben nach Hamburg. Vorne 1C, der Hornplatz. Die Maschine war noch recht leer, ich war einer der ersten an Bord und deswegen gab es erstmal ein was, einen lieblichen Gruß an die Crew. Hat Spaß gemacht, dann kamen schon die ersten Gäste. Es ging recht zügig los und ich habe mich wirklich schon gefreut auf das fantastische Menü von Do & Co. Und das war wieder exzellent, ein fantastischer Reis, ein Hähnchen gegrillt und dazu ein bisschen scharfe Soße, hat richtig gut geschmeckt. Naja, und dann heißt es natürlich, auf geht's, ab mit dem Flug und Ankunft in Hamburg. Hummel, hummel, mos, mos. Und Hamburg war vorbereitet, es war im Endeffekt stürmisch wie in Wien auch und dann ging es aber auch schon direkt raus, denn ich hatte mir dann über die App ein 2.11.2.11-Taxi bestellt und das war schon da, wie ich kam. Träumchen!